Grüezi miteinander, recht herzlich willkommen zum Vortrag über Kurzreisen, Freundinnentage. Mein Name ist Jürg Wetter. So, Kreuz-Kurzfahrten. Wir denken hier primär eine Reise zwischen drei und fünf Tagen auf diesen Freundinnentagen. Das ist ein Modul, das man zubuchen kann. Sie fahren auch auf einem Schiff, das einfach reguläre Gäste haben. Und diese Reise führt dann jeweils auf Strassburg. Diese mit dem Modul Freundinnen-Tage haben gewisse Vorzüge. Sie können bei dieser Reise das Gepäck bereits am 11 Uhr auf dem Schiff abgeben, etwas zu sich nehmen und haben dann Gelegenheit, Basel auf eigene Faust zu erleben oder im Voraus bereits eine Rundfahrt zu buchen. Das hat das Pflegeprodukt, sehr hochwertige. Das werden einfach auch dabei. Und gut, wie läuft denn die ganze Reise nachher ab? Weil das Schiff macht die Leine los, genau am 4 Uhr. Die erste Stunde auf dem Rhein und nach dem Grand Canal d'Alsas. Total, da fahren wir acht Schleusen. Was dann auch bereits stattfindet, ist der Willkommens-Cocktail, gefolgt dann vom Viergangnachtessen. Und im Anschluss haben Sie natürlich die Möglichkeit, sich mit den Freundinnen zu unterhalten. Und das Getränkepaket ist ja da auch inklusiv Mineralwasser, Softdrinks, Bier, Hauswein und auch Sekt. Das ist alles dabei während der ganzen Reise selbstverständlich. Am folgenden Tag ist dann die Ankunft in Strassburg. Sie konnten dann ein ausgiebiges Frühstücksbuffet geniessen. Dann geht es Richtung Altstadt. Und hat dann die Möglichkeit, entweder individuellen oder einen geführten Rundgang zu machen in Strassburg. Freundinnen haben speziell dann noch die Möglichkeit, entweder eine geführte Shoppingtour oder einen kulinarischen Stadtrundgang zu machen. Kurz zu diesem kulinarischen Rundgang. Da sind sie also geführt. Wir besuchten Läden mit dem Kugelhopf, dann Flammkuchen, Bleibkuchen, Käse, Fleischspezialitäten und dann den Elsässer Wein und den Quimant Alsasse, die Elsässer Version vom Champagner. Die Shoppingtour beinhaltet auch einen geführten Rundgang in diesen verschiedenen Läden und sich entsprechend am Modegeschmack der Gruppe anpassen kann. Hier ein paar Impressionen von Strassburg mit einem Kugelhopf. Und in der Mitte sehen Sie Paulskirche mit dem Flüsschen Ille, weil eben die Altstadt wird durch die Ille umflossen. Dann auf der rechten Seite sehen Sie Quartier Petite France. Wenn man zurückkommt an Bord, dann geht es den Freundinnen-Cocktail und der ist dann gefolgt durch ein 6-Gang-Gala-Dinner. Im Anschluss hat man selbstverständlich noch mehr Zeit im Salon zu bringen. Dann geht es wieder retour und erreicht dann am Morgen Basel. Und vorher haben Sie wieder die Möglichkeit, ein gutes Frühstücksbuffet zu geniessen. Ausschiffung ca. um 10 Uhr gefahren wird mit folgendem Schiff. Und zwar mit der Thurgauer Gold. Das zweite Schiff, das in den Einsatz kommt, ist die Antonio Bellucci. So, jetzt komme ich noch zu ein paar anderen Kurzreisenden. Und zwar fange ich an mit dem Krimi Total Dinner. Sie steigen in Basel ein, das Schiff fährt die ganze Nacht und dann sind sie wieder in Basel. Also es geht darum, dass man das Feeling noch etwas mitbekommt von dieser Schifffahrt. Und speziell ist das Nachtessen. Es ist ein Viergang-Menü. Und während dem Nachtessen findet ein Krimi Theater statt, wo Sie selber mitmachen können. Auch dort ist das Getränke-Paket inklusiv. Bei der nächsten Fahrt, da handelt es sich um eine 5-Tages-Fahrt nach Frankfurt. Auf der Heifahrt besucht man Heidelberg, der Rundgang auf dem Philosophenweg mit Sekten. Ganz speziell. Super Aussicht, die man dort hat über die Stadt. Dann in Frankfurt Besuch vom Goethe-Haus. Und in Baden-Baden gibt es dann den Rundgang berühmte Schriftsteller. Dann Mainzer Kommissar und Philosophen. Eine 5-Tages-Reise. Anfang und Schluss ist genau gleich, aber anstelle von Frankfurt kommt Mainz. Dort findet dann der Rundgang, literarischer Rundgang in Mainz mit dem Kommissar Jacques Becker statt. Das ist eine Romanfigur. Ich bin am Schluss von meiner Präsentation. Danke vielmal.